Der Kryptomar kapituliert zum aktuellen Zeitpunkt. So gut wie alle Kryptovermögenswerte sind prozentual zweistellig im Minus und das alleine auf die letzten 24 Stunden gesehen. Im heutigen Video nehmen wir mal Bezug auf einige Fragen, die ihr mir hier gestellt habt und wir schauen uns an, wie man mit der aktuellen Situation möglicherweise am besten umgehen könnte und was wir in den nächsten Wochen und Monaten noch zu erwarten haben. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Q&A beantworte ich wieder einige Fragen von euch, die ihr mir hier über Instagram gestellt habt. Gerne kannst auch du mir auf Instagram kostenfrei folgen, um mir eben fürs nächste Q&A auch deine Frage zu stellen. Natürlich befassen sich die heutigen Fragen viel mit der aktuellen Marktsituation. Aufgrund dessen habe ich hier natürlich die passenden Fragen etwas zusammengefunden und hier für euch aufgelistet. Nutze super gerne die Zeitstempel, um dich im Video zurechtzufinden. Zu Beginn reden wir erstmal logischerweise über die aktuelle Situation, gehen dann auf die Prognosen bzw. wie ich aktuell mit der Situation umgehen möchte und zum Ende des Videos kommen wir dann noch zu einigen, in Anführungsstrichen, privaten Fragen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video, lass super gerne Bewertungen und einen Kommentar, darum mich hier und den Kanal zu unterstützen. Und gerne kannst du diesen Kanal natürlich auch kostenfrei abonnieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich würde auch sagen, wir reden gar nicht länger um den heißen Brei, sondern springen direkt auf die erste Frage, die hier natürlich signifikant wichtig ist. Ein paar aufbauende Worte an Leute wie mich, die erst seit wenigen Monaten im Game sind. Ja, solche Fragen erreichen mich natürlich recht oft. Der Kryptomarkt hat gerade im Jahr 2021 hier nicht nur den großen Hype gesehen, sondern auch sehr, sehr viele Leute sind hier mit in den Markt eingestiegen. Viele Leute haben auch teilweise bis jetzt nur im Minus gekauft oder halt seit dem All-Time-High. Und Leute, natürlich tut es mir leid, dass ihr genau zu einer solchen Marktsituation hier investiert habt. An dieser Stelle möchte ich allerdings mal einen Tipp mit reingeben, der mich persönlich auch zum heutigen Zeitpunkt immer wieder auf den Boden der Tatsachen holt, der mich immer wieder so ein bisschen beruhigt und besänftigt, wenn es zu solchen Situationen kommt, wie wir aktuell sehen. Und dazu möchte ich einfach mal einen kurzen Chart einblenden. Das hier ist der Weekly Chart von Bitcoin und hier sehen wir mehrere Wochen tatsächlich im roten Bereich. Mehrere Wochen ist das Ganze hier quasi einem Downtrend gefolgt. An dieser Stelle möchte ich allerdings auch mal eine Folie weitergehen und etwas weiter raussuchen. Und so sehen wir zum aktuellen Zeitpunkt über die letzten Jahre, wie großartig sich der Bitcoin hier entwickelt hat. Das Ganze ist auch ein logarithmischer Chart. Somit sieht man gar nicht unbedingt so extrem, wie stark hier tatsächlich dieses Wachstum war. Allerdings seht ihr auch oben rechts in dieser Grafik, in diesem lilainen Bereich, die aktuelle Situation, den aktuellen Downtrend. Und das verglichen mit dem gesamten Bitcoin-Zyklus seit 2012, sollte einem dann so ein bisschen die Angst nehmen, die man möglicherweise aktuell in dieser Situation hat. Solche Situationen zeigen es einfach noch einmal, wie wichtig es ist, teilweise auch Gewinne zu realisieren. Und an dieser Stelle ist es halt auch nochmal wichtig, hier sich im Hinterkopf zu behalten, beziehungsweise auch für die Zukunft zu merken, dass man eben nur Summen investiert, beziehungsweise nur Geldbeträge investiert, von denen man bereit ist, sie zu verlieren. Keine Frage. Keiner hat Bock, Geld zu verlieren. Keiner hat Bock, weniger Wert zu haben. Man darf allerdings eben nicht vergessen, dass der Kryptomarkt für seine Volatilität extrem bekannt ist. Und das sollte man halt immer vor dem Tätigen eines Investments hier berücksichtigen. Und somit kommen wir auch schon zu den nächsten Fragen. Jetzt Stück für Stück investieren oder warten, bis wir richtig im Keller sind. Wie meine Einschätzung ist, dass wir nochmal auf 30.000 Dollar zurückfallen und ob möglicherweise jetzt der Pump kommt oder was die Wale aktuell vorhaben. Erstmal, bevor ich überhaupt auf solche Fragen eingehe, ich habe keine Glaskugel, ich kann die Zukunft nicht vorhersehen. Ich kann mir nur die Zahlen, Daten und Fakten anschauen und aufgrund dessen dann meine Schlüsse ziehen. Aus diesem Prinzip werde ich jetzt auch mal eben ein paar Worte verlieren zur aktuellen Situation und hier vielleicht ein bisschen Klarheit schaffen. Also, erstmal, Onchain-technisch habe ich euch die letzten Monate immer wieder begleitet und euch immer wieder gesagt, dass Onchain-technisch der Bitcoin aktuell sehr, sehr gut aussieht und das ist auch zum jetzigen Zeitpunkt immer noch das Marktsentiment. Das heißt, es sieht nicht so aus wie eine Kapitulation, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, sondern wir sehen halt, dass die gesamte Marktbewegung zum aktuellen Zeitpunkt anders ist. Und das führt uns auch schon zum nächsten Punkt, Die gesamte weltwirtschaftliche Marktsituation ist anders als in den letzten Bullruns. Wir sehen hier momentan eine Bewegung, wie wir sie vorher noch nie gesehen haben. Es ist nicht nur so, dass wir eine globale Pandemie haben, eine Pandemie, die wir mit einem solchen Ausmaß seit über 100 Jahren nicht mehr gesehen haben. Nein, die Zentralbanken haben unzählig viel Geld gedruckt. Die gesamte Weltwirtschaft steht momentan extrem unter Druck. Wir haben im chinesischen Raum die mögliche Immobilienkrise, die dort ansteht. Wir haben den Konflikt mit der Ukraine und Russland. Wir haben die Pandemie, wir haben mehr als 30% des US-Dollars, die in den letzten 12 Monaten gedruckt wurden. Freunde, die gesamte weltwirtschaftliche Situation ist aktuell extrem, extrem angespannt. Und was aktuell passiert, ist halt, dass der Markt kapituliert, weil die Leute ihre Investments, ihr Geld rausnehmen, eben aus den risikoreichen Anlagen. Warum machen sie das? Es weiß momentan keiner, was passieren wird. Ein Großteil, prozentual würde ich es zumindest so behaupten, der aktuellen Rückläufer bzw. der aktuellen Abverkäufe sind aufgrund der Fed zurückzuführen, die hier natürlich ihre Zinspolitik umgestalten wollen. Was interessant ist, bisher sehen wir noch keine einzige Veränderung. Die Zinspolitik hat sich bisher noch gar nicht verändert. Das wird es in den kommenden Tagen dazu kommen. Dazu kommt dann morgen auch nochmal ein spezielleres Video. Das heißt, momentan sehen wir sehr, sehr viele Sachen, die in den Markt eingepreist sind, die aktuell noch gar nicht vonstatten gegangen sind. Somit kann man natürlich auch nur sehr, sehr schwer sagen, in welche Richtung es weitergehen würde. Sollte sich die Ukraine-Russland-Situation beruhigen und die Fed vielleicht sagen, okay, wir werden doch nicht so exzessiv hier unser Zinsprogramm zurückführen, dann könnte sich der Markt tatsächlich recht schnell wieder erholen. Es kann aber auch sein, dass der Konflikt hier komplett eskaliert, dass die Immobilienkrise aus dem chinesischen Raum sich auch in den europäischen und in den US-amerikanischen Raum rüberzieht. Das sind einfach marktökonomische Dinge, die man nicht vorhersehen kann und das möchte ich an dieser Stelle ganz klar einmal ansprechen. Meiner persönlichen Meinung nach kann es noch weiter nach unten gehen. Die 30.000 US-Dollar sind realistisch, sind wir mal ganz ehrlich. Es kann dazu kommen. Wir sind auch gar nicht mehr so weit davon entfernt und es kann theoretisch auch noch weiter nach unten brechen. Die Worst-Case-Szenarien habe ich in den letzten Videos immer mal wieder angesprochen. Das aktuelle Worst-Case war bei 36.000. Hier sind wir auch drunter gebrochen. Das nächste Worst-Case liegt bei ungefähr 29.000 bis 30.000 US-Dollar und darunter das Worst-Case liegt zwischen 17.000 und 20.000 US-Dollar und das wäre persönlich meine Zone, wo ich spätestens mit extrem großen Beträgen verhältnismäßig hier investieren würde. Und somit kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Könnte das XRP-Urteil eine Chance auf Wiederaufnahme des Bullenmarktes geben? Und dazu muss ich sagen, vor einigen Monaten hätte ich dieser Frage noch zugestimmt. Er hätte gesagt, ja, ein XRP-Urteil könnte hier natürlich einen positiven Effekt auf den Markt haben. Das könnte es auch zum aktuellen Zeitpunkt noch. Wir sehen allerdings so viel Angst und vor allem so viel Unsicherheit am Markt, dass dieses Urteil vielleicht long-term sehr bullisch wäre für den Kryptomarkt, short-term aber wahrscheinlich jetzt keinen Rieseneffekt hätte, weil sich halt die gesamtweltwirtschaftliche Situation nicht geändert hat. Und da kommen wir auch schon eben zur nächsten Frage, wie lange es dauert, bis sich der Markt wieder erholt und ob Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Und das ist halt eben nochmal in Bezug auf die Frage, wie lange diese aktuelle Situation gehen wird. Ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass wir im Bärenmarkt sind. Schaut man auf die Charts, dann sind wir fast im Bärenmarkt. Ich meine, sehr viele sagen, dass der Bärenmarkt entsteht, wenn wir vier Wochen in Folge rote Candles haben. Das ist für viele Leute, glaube ich, so der Indikator, der uns sagt, wir sind in dem Bärenmarkt. Für mich sind es die Ichimoku-Clouds, die hier charttechnisch sagen, sind wir in dem Bärenmarkt. Das kann auch sehr gut sein, dass wir hier aktuell schon in dem Bärenmarkt sind. Da möchte ich gar nichts gegen sprechen. Was ich allerdings aktuell sehe, ist eine unglaublich starke Adoption von Kryptovermögenswerten. 2017, 2018 in der Bubble hatten wir noch eine Situation, wo die Banken darüber gesprochen haben, die Kryptovermögenswerte zu verbieten, vor allem aus dem US-amerikanischen Raum, der nun mal eben sehr viel Einfluss auf die Weltwirtschaft hat. Zum aktuellen Zeitpunkt geht es mehr um Adoption und um Regulierung und wir sind schon mal einen ganzen Schritt anders in der Entwicklung und diese Entwicklung wird auch nicht nachlassen, weil der Kryptomarkt, selbst wenn er noch weiter crasht, immer noch groß sein wird und vor allem mittlerweile ja auch schon mit dem Nasdaq korreliert, also dementsprechend hier eine Parallelität in den Kursverläufen entsteht. Dadurch können die Regierungsbehörden und die Regulierungsbehörden gar nicht mehr wegschauen und deswegen werden wir höchstwahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten sehr viel Regulierungen sehen, die extrem nachhaltig und vor allem auch wichtig sind für den Langzeiterfolg des Kryptomarktes. Also es kann sein, dass wir in den Bärenmarkt kommen. Ich sehe ihn allerdings keine zwei bis drei Jahre, es sei denn, und das muss man auch ganz klar sagen, es bricht jetzt ein Krieg aus, der zwei Jahre geht oder drei Jahre, dann könnte es natürlich zu einer solchen Situation kommen, aber das kann halt am Ende des Tages leider keiner vorhersehen. Und somit kommen wir auch schon zur Frage, ob es dauerhafte Auswirkungen geben würde, wenn Russland den Kryptohandel oder das Mining vielleicht sogar beides verbieten würde. Ich denke, Short-Term möglicherweise, auch wenn aktuell wahrscheinlich nicht, weil wir momentan halt die Unsicherheit am Markt sowieso schon haben. Short-Term könnte das natürlich Auswirkungen haben. Long-Term denke ich allerdings nicht, dass wir jetzt groß hier irgendwelche Einbußen sehen würden. Ich meine, wir haben es an China gesehen. China hat den Handel mit Kryptovermögenswerten komplett verboten. Sie haben das Mining komplett verboten und man muss ganz klar sagen, dass das Krypto-Game hauptsächlich aus dem chinesischen Raum kam. Das ist vollkommen weggefallen. Trotzdem hat Bitcoin wenige Monate danach ein neues All-Time-Hare erreicht. Ich denke, Russland ist ein deutlich kleinerer Player und hätte da wahrscheinlich einen ähnlichen, nur abgeschwächteren Effekt. Und somit kommen wir auch schon zur Frage, was hältst du von Wallet-Apps, wie beispielsweise dem Trust Wallet und vor Nachteile von einer Exchange? Also solche Wallet-Apps wie Trust Wallet finde ich an sich auf jeden Fall gut. Sie vereinfachen halt das Leben, wenn man hier mit dezentralen Exchanges vor allem auf dem Handy arbeiten möchte. An sich würde ich hier allerdings nicht meine Kryptovermögenswerte aufbewahren, denn wenn euer Handy mal weg ist oder ihr eben keinen Zugriff mehr darauf habt oder euer Handy gehackt wird, dann können eben auch eure Funds hier gestohlen werden. Die Vor-Nachteile von einer Exchange, also von einer Börse, sehe ich ganz klar den Vorteil, dass man zu 100% liquide ist. Du kannst sehr schnell kaufen, du kannst sehr schnell verkaufen und das sind eben die großen Vorteile. Wir sehen allerdings natürlich auch gravierende Nachteile. Wenn wir uns einfach mal anschauen, wie viele Exchanges in den letzten Jahren immer wieder gehackt wurden und das ist für mich so der größte Nachteil, der größte Kritikpunkt. Außerdem hast du nicht die volle Kontrolle über deine Kryptovermögenswerte im Sinne von Staking EDC. Ich weiß zum Beispiel, dass sehr, sehr viele Börsen, wenn du da jetzt beispielsweise Wett-Tokens hältst, dass die im Hintergrund deine Tokens einsetzen, um sie zu staken und damit Profite zu schlagen. Und das sind halt eben Profite, die die Börse dank dir macht, die du allerdings selber machen könntest, wenn du sie halt über deinen Ledger beispielsweise in der Wallet sicher verwahren würdest. Deswegen empfehle ich halt immer einen Hardware-Wallet. Man muss für sich selber entscheiden, für welchen man sich entscheidet. Ich habe beispielsweise eine Tutorial-Reihe zum Ledger gemacht und auch aktuell wieder ein neues Ledger-Gerät bestellt. Falls ihr mal Videos haben wollt zu anderen Hardware-Wallets, dann lasst es mich super gerne in den Kommentaren wissen. Und somit kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Jetzt sag mal jetzt, gibt es Downtrend-Strategien und wie entsteht ein Bärenmarkt? Die Definition eines Bärenmarktes ist halt für viele Leute immer unterschiedlich. Egal, was ich sage, viele Leute werden sagen, öh, wir sind schon lange im Bärenmarkt. Andere sagen, nee, sind wir noch lange nicht. Für mich persönlich ist ein Bärenmarkt eine Zeitperiode von mehreren Monaten, wenn nicht Jahren, wo der Markt tendenziell eher abverkauft wird, wo es tendenziell eher nach unten geht. Und zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir es natürlich auf die letzten Wochen bezogen. Schauen wir uns allerdings die letzten paar Monate an, also die letzten 4, 5, 6 Monate. Dann sehen wir schon wieder ein etwas anderes Bild. Und natürlich gibt es auch einige Strategien, um auch hier vom Bärenmarkt zu profitieren. Natürlich für all die Leute, die hier mit Futures traden oder auch hebeln, die können natürlich hier davon profitieren. Würde ich nicht zu raten. Mache ich auch keinen großartigen Content zu, weil ich mich persönlich eben von diesem Hebeltrading fernhalte. Da haben zu viele Leute aus meinem Umfeld sich mit den Fingern verbrannt. Und da möchte ich eigentlich niemandem dazu raten. Vor allem nicht, wenn wir von 15 oder 20er Hebeln reden. Da möchte ich einfach die Hände rausbehalten. Man kann trotzdem davon profitieren. Und da verweise ich gerne auf mein Video, welches sogar die meisten Aufrufe bekommen hat. Nämlich meinen größten Fehler im Crypto Game. Denn mein größter Fehler war es, nach dem Crash 2017, 2018 nicht investiert zu haben. Und das sind die besten Downtrendstrategien. Einen Zeithorizont von mehreren Jahren im Hinterkopf behalten. und solche Marktphasen wie aktuell und vor allem auch Bärenmärkte ausnutzen, um dort massiv zu akkumulieren und um diese Profite dann zu realisieren, wenn der Markt extrem euphorisch ist. Das kann zum aktuellen Zeitpunkt theoretisch noch mehrere Monate, möglicherweise sogar Jahre dauern. Allerdings sollte man halt solche Investments über einen längeren Zeithorizont ansehen und dann dementsprechend dort seine Entscheidungen treffen. Und somit kommen wir zur Frage, jetzt nachkaufen oder abwarten, halten, verkaufen, nachkaufen. Wie sollte man mit der aktuellen Situation umgehen? Um die Frage mit dem Sparplan und mit dem Dollar-Cost-Average-Effekt hier direkt voranzuführen, ganz klar, ich werde meinen Sparplan ganz normal weiter so laufen lassen. Der Sparplan ist perfekt für solche Situationen wie aktuell. Man weiß nicht, ob es noch weiter nach unten geht oder schon wieder nach oben steigt. Der Sparplan sorgt halt eben dafür, dass man den vernünftigen Dollar-Cost-Average-Effekt genießen kann. Wie gehe ich mit der aktuellen Situation um? Um nochmal auf die Frage einzugehen, halten, kaufen oder verkaufen. Ich persönlich, und das ist keine Anlageberatung, würde zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt nicht verkaufen. Warum auch? Ich war bereit, den Bitcoin für 45.000 Dollar zu kaufen. Und da ist auch jetzt nochmal die Frage an jeden Einzelnen von euch, die ihr euch auch nochmal selber stellen solltet. Wenn du bereit warst, in den Bitcoin, jetzt repräsentativ, kannst du auch für jedes andere Copter-Asset sehen, wenn du bereit warst, den Bitcoin für 45.000 US-Dollar pro BTC zu kaufen oder auch für 50.000 oder auch für 60.000 US-Dollar pro BTC zu kaufen, warum bist du denn jetzt so unsicher? Es hat sich nämlich fundamental am Bitcoin gar nichts getan. Es hat sich weder an den fundamental technischen Daten was getan, noch an Regulierungsdaten, irgendwie so etwas. Da ist nichts von in den letzten Wochen aufgetaucht. Die gesamte marktwirtschaftliche Situation hat sich geändert, ja, aber du solltest sowieso deine Investments so tätigen, dass du eben auf solche Szenarien vorbereitet bist und nicht in einem Verlust verkaufst. Denn wenn du selber dich als Investor siehst, dann musst du eben in ein Asset investieren, wenn du der Meinung bist, dass der Wert noch steigt. Und ganz ehrlich, das ist halt nochmal eben die Frage, wenn du bereit warst, den Bitcoin für 50k zu kaufen, warum bist du dann jetzt unsicher, wenn er bei 35 steht? Solltest du nicht eigentlich jetzt noch gewillter sein, noch mehr Bitcoin zu akkumulieren? Das ist halt auch meine Strategie aktuell. Ich kaufe den Bitcoin Stück für Stück. Ich habe bereits am Anfang des Jahres gesagt, dass ich mich noch ein bisschen zurückhalte und erstmal schauen möchte, wie sich die Situation entwickelt. Momentan wird es nur noch schlimmer. Ich habe allerdings heute das erste Mal im Januar den Bitcoin nachgekauft zu einem Wert von, ich meine, knapp 35, 36.000 US-Dollar. Das war auch der Bereich, den ich bereits vor zwei Wochen angesprochen habe. Das ist meine erste Kaufzone. Sollte der Bitcoin jetzt weiter abverkauft werden, dann würde ich bei 30.000 US-Dollar nochmal etwas investieren. Dann würde ich bei 24.000 US-Dollar nochmal etwas investieren und so weiter. Also das Wichtige ist natürlich, dass du hier auch schaust, wie du finanziell aufgestellt bist. Ich werde so oft gefragt, soll ich jetzt kaufen? Soll ich verkaufen? Wie gehst du mit dieser Situation um? Freunde, ich kenne eure finanzielle Situation nicht. Hört nicht auf irgendwelche YouTuber oder Influencer oder was weiß ich, die euch sagen, jetzt kaufen, jetzt verkaufen, was auch immer. Man muss es immer für seine eigene Situation bekräftigen. Ihr müsst schauen, wie viel Bargeld habe ich zu Hause? Fühle ich mich sicher? Fühle ich mich unsicher? Wie gehe ich mit der aktuellen Situation um? Ich habe persönlich in den letzten Jahren mein Bargeld gespart. Ich habe beispielsweise 2020 meine Aktien verkauft, einen Teil in Immobilien gesteckt, einen Teil in Krypto gesteckt und habe auch gerade in den letzten 12 bis 24 Monaten weiter Bargeld angespart, weil ich hatte auch schon seit zwei Jahren diese extrem krasse Entwicklung, vor allem am Aktienmarkt sehe und es war einfach klar, dass wir stärkere Kursrücksetzer sehen. Die sehen wir aktuell und deswegen bin ich gewählt, jetzt halt eben hier Stück für Stück nachzukaufen. Aber ich werde auch niemals all in gehen, es sei denn, der Bitcoin fällt hier wirklich auf 14.000 US-Dollar, was ich für recht unrealistisch halte, denn das wäre sogar relativ stark unter unserem All-Time-High von 2017. Und da wurde ich auch ganz oft gefragt, was kaufst du aktuell überhaupt für Projekte nach? Welche sind für dich interessant? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das predige ich eigentlich immer, jetzt vor allem in fundamental starke Projekte zu investieren. Denn sollten wir tatsächlich in den Bärenmarkt kommen, der hier zwei oder drei Jahre geht, dann ist es essentiell wichtig, dass das Projekt, in das du investiert hast, natürlich diese Zeit überlebt. Schaut man sich einfach mal die Top 100 Liste an von 2017, dann sehen wir, dass dort bestimmt 60, 70 Prozent der Kryptovermögenswerte ausgestorben sind. Warum? Diese Projekte haben kein Kapital mehr, um das Projekt weiterzuführen und sterben dann in Anführungsstrichen in so einem Bärenmarkt aus. Deswegen konzentriere ich mich halt jetzt auf Kryptowährungen und Projekte, die fundamental stark sind, von denen ich überzeugt bin, dass sie über einen längeren Zeithorizont definitiv überleben werden. Gerade natürlich solche Projekte wie Chainlink, weshalb ich auch immer wieder oft angesprochen wurde. Chainlink ist aktuell für mich auf jeden Fall kaufswürdig. Ich habe noch nicht gekauft, ich werde allerdings jetzt die nächsten Tage höchstwahrscheinlich noch mal eine Tranche in den Link-Token investieren. Denn sie haben einen Total Value Locked in ihren Smart Contracts von über 75 Milliarden US-Dollar. Also für mich auf jeden Fall nach wie vor eins der am stärksten unterbewertetsten Kryptoprojekte überhaupt. Ich habe sie bereits 2020 gekauft und für damals 10 Euro. Die Entwicklung von Link war tatsächlich recht schwach im letzten Bullrun. Ich denke allerdings, dass die Präsenz und die Wichtigkeit von solchen Projekten wie Chainlink immer näher zunimmt und auch irgendwann hier die Investoren erkennt, wie wichtig das ist. Übrigens Chainlink, eines der Projekte, die hier am stärksten von den Wahlen akkumuliert wird. Auch Q&T finde ich auch zum aktuellen Zeitpunkt immer noch sehr, sehr interessant. Und auch die aktuellen Kurse sind natürlich immer erfreulicher. Es macht immer mehr Sinn, dann hier auch möglicherweise sich in die Projekte einzukaufen, die man lange auf der Watchlist hatte. Denn aktuell sehen wir halt momentan gefühlt alles im Sale. Und auch den Crow-Token habe ich bereits in der Vergangenheit Stück für Stück ein bisschen akkumuliert. Es sind immer nur ganz kleine Branchen, die da reinfließen. Crypto.com ist einfach eine der Kryptobörsen, die was Marketing angeht alles richtig macht. Und auch die Plattform an sich entwickelt sich großartig. Ich sehe da noch eine heftige Zukunft. Und deswegen könnte sich auch der Crow-Token meiner Meinung nach gut entwickeln. BTC und ETH sind natürlich auf einem langen Zeithorizont. Hier vernünftige Investments meiner Meinung nach. Und auch zu Hedera Hashgraph wurde ich gefragt. Ebenfalls finde ich das Projekt sehr, sehr gut. Sie haben, was den Punkt Dezentralisierung angeht, jetzt nicht die Nase vorn. Also sie sind jetzt nicht komplett dezentral. Dafür haben sie allerdings Partnerschaften mit Google, mit LG, mit unzähligen Unternehmen. Schaut euch wirklich mal das Projekt an und schreibt mir in die Kommentare, falls ich dazu noch mal ein ausführlicheres Video machen soll. Und zum Thema ADA. Ja, auch ADA halte ich aktuell für kaufenswürdig. Ich habe nicht nachgekauft. Ich mache es auch zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Allerdings sollte man da noch nicht investiert haben, dann könnte es jetzt Sinn machen. Denn wir wissen, dass auch Cardano eine Menge Kapital hat, eine Menge Partner, eine Menge Zukunftsvision und das alles noch in den Kinderschuhen steht. Kommen wir auch schon zu den nächsten Fragen. Und zwar, ob ich Selbsterfahrung mit Mining gemacht habe oder möglicherweise da einsteigen möchte. Und ja, ich habe tatsächlich mich recht stark mit Mining auseinandergesetzt vor einigen Jahren. Also was heißt recht stark auseinandergesetzt. Ich habe überlegt, das Mining zu starten. Allerdings haben wir hier in Deutschland mittlerweile die höchsten Stromkosten weltweit, was einfach unvorstellbar ist. Es ist wirklich eine Katastrophe. Aber so sieht es nun mal eben aktuell aus. Und aufgrund dessen sehe ich das Thema Mining vor allem auf Bitcoin bezogen im deutschen Raum relativ kritisch. Andere Projekte würden da vielleicht mehr Sinn ergeben. Ich würde mich allerdings bei Mining dann auf den Bitcoin konzentrieren und das ist halt in Deutschland relativ unlukrativ. Ich hatte tatsächlich mal ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, hier ein Projekt zu starten, um quasi das grüne Bitcoin-Mining in Deutschland voranzutreiben. Das würde dann wahrscheinlich aber eher so eine Fundraising-Sache sein. Das ist ein Projekt, womit ich gerade im Hinterkopf verspiele. Dafür müsste ich allerdings noch sehr, sehr viele Gespräche führen und sehr, sehr viel Kapital investieren. Das ist so ein Zukunftsding, was man sich möglicherweise mal anschauen kann. Aufgrund der aktuellen Situation, dass die EU sogar überlegt, das Bitcoin-Mining zu verbieten, bekräftigt mich natürlich nochmal aktuell in der Überzeugung, mich erstmal davon fernzuhalten. Dann wurde ich gefragt, was momentan mein Antrieb ist, so zu hustlen und was ich mache, wenn ich Multimillionär bin und finanziell frei bin. Ich denke mal, ich werde die Sachen so ähnlich gestalten, wie auch aktuell, nur dass ich natürlich vielleicht ein bisschen mehr das Ausland genießen werde, ein bisschen mehr Freiheiten genießen werde. Ich denke, das ist der Sinn von finanzieller Freiheit unter anderem. Und der Antrieb, so zu hustlen, ist es natürlich eben, die finanzielle Freiheit zu erreichen. Ich denke, ich brauche euch nichts vormachen. Natürlich verdiene ich auch mit diesem YouTube-Kanal Geld. Das steht, denke ich mal, außer Frage und halt auch nicht wenig Geld, weil eben YouTube-Kanäle in dem Finanzbereich sehr gut in Anführungsstrichen bezahlt werden. Ich würde mich gerne sogar noch mehr hier auf YouTube konzentrieren, weil ich halt eben hier nicht nur das Geld sehe, sondern es mir unglaublich viel Spaß macht, eben Content zu produzieren. Ich denke, wenn ich nur das Geld sehen würde, dann hätte ich mit YouTube schon viel früher aufgehört, denn einige von euch werden es wissen. Ich mache YouTube bereits seit 2011, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, hier Content zu createn und dass dieser Content jetzt in dem letzten Jahr so gut ankam, das hat mich natürlich selber überrascht und das ist halt unter anderem auch die Motivation, hier dran zu bleiben. Also definitiv bei mir nicht der Fokus Geld. Ich würde es natürlich nicht beiseite drücken und sagen, ja, nee, das interessiert mich nicht. Natürlich ist das auch ein Aspekt, der hier motiviert. Trotzdem muss ich ganz klar sagen, dass ich auch ohne das Geld zum aktuellen Zeitpunkt weiter YouTube machen würde, denn sonst hätte ich mit Sicherheit in den ersten 10 Jahren meiner YouTube-Karriere, wo ich keinen Cent verdient habe, bereits aufgehört. Und somit kommen wir auch schon zur Frage, was mich glücklich macht und das soll jetzt keine Heuchlerei oder kein Schleim sein. Es seid halt aktuell tatsächlich ihr. Ich finde es unglaublich krass, ich finde es unglaublich geil, wie hier die Community wächst. Auf unserem Community-Discord sind wir momentan schon fast 1900 Leute, wo wir täglich über die verschiedensten Themen reden. Ich kriege unglaublich starken Support von euch, unglaublich nette und positive Nachrichten. Natürlich, je größer man wird, desto mehr in Anführungsstrichen Hate bekommt man auch ab, aber die positiven Kommentare überwiegen auf jeden Fall die negativen und ich bin einfach unglaublich dankbar für den heftigen Support von euch, gerade in den letzten Wochen und auch Monaten. Vielen Dank, Freunde. Ihr motiviert mich echt, hier dran zu bleiben und somit kommen wir zur allerletzten Frage. Multipresse, Schulterdrücken, vor oder hinter dem Kopf? Ich persönlich sage ganz klar vor dem Kopf, hinter dem Kopf belastest du einfach deinen Nacken zu stark. Zumindest ist es meine Meinung. Ich weiß, es machen sehr viele Leute. Für mich wäre es nichts. Ich bin hier tatsächlich der eher sicherere Spieler und möchte mich nicht bei meinem Kraftsport verletzen, denn wenn ich für ein paar Monate ausfalle, habe ich am Ende des Tages auch nichts davon. Und somit waren das auch schon alle Fragen, die ihr eben so gestellt habt. Habt ihr noch weitere Fragen, dann folgt mir gerne kostenfrei auf Instagram, um diese Frage beim nächsten Mal zu stellen oder schreibt sie mir in die Kommentare. Für allgemeine Fragen könnt ihr natürlich, wie eben schon genannt, auf den Community Discord kommen. Dort reden wir halt über die verschiedensten Themen, vor allem auch über verschiedene Börsen und die aktuelle Situation. Und an dieser Stelle beende ich auch schon das Video. Bedanke mich noch einmal für den Support und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Freunde.